Wir haben viele Akten für diese St. Juan und wir fangen am 23. an und wir machen eine Feuer hier an der Strand und dann wir haben ein Konzert von dem Hotel Cochambre und das ist die Ende von der Tag von der Velle St. Juan und dann am 24. wir haben die erste Konzert von dem Festival Sons del Mön und Chambao ist eine famöse Gruppe von hier von Spanien und am 25. wir machen die Gala-Celebration der Geburtstag von Amcuria Brava und wir machen ein Spektakle mit Guillem Alba, ist ein actor und wir haben ein großes Pastis vermessen, ein 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 ein